Der Triumannus-Papalismus für die neuen Passionsprojekte sorgt für einen humanistischen Anstieg. ...gemacht wird, kann auch von uns verändert werden. Für einen starken internationalen Frauenkampf. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das gilt für die Sicherheit und die Ökologie, für die Wirtschaft und die Energie, für den Verkehr und die Telekommunikation. Souveränität in unserer Zeit bedeutet Mitwirkung in der Gemeinschaft der Staaten. Die... Die... Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Nach 57 Jahren versammeln wir uns als frei gewählte Abgeordnete des ganzen deutschen Volkes hier im Reichstag, in Berlin. Applaus 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 Applaus